Wird Ihnen präsentiert von Messebauer.com. Wir machen Messebau. Wir sind bei Hansa Creation und neben mir ist ein kleines Tier und ich habe mich gefragt, was ist das? Das sieht so echt aus. Wie funktioniert das? Das ist kein echter Tier. Das ist ein Handpuppe. Ah, aber es sieht sehr echt aus. Das ist sehr gut gemacht. Ja, korrekt. Was habt ihr denn für Highlights oder für neue Produkte hier auf der Messe? Wir haben die Handpuppe und auch die Dinosaurus und wir haben auch dieser. Das ist auch die neue Figur. Und die Renntiere. Ja, und die sind ja relativ groß. Das heißt, wohin gehen die? Für Deko, Garden Center, Shopping Center. Ja. Und dann für die anderen gibt es dann die Handpuppen. Die können wir dann mitnehmen. Ja, korrekt. Ja, vielleicht mache ich das doch glatt. Vielen lieben Dank. Danke. Danke sehr. Wurde Ihnen präsentiert von Messebauer.com. Wir machen Messebau. Wir machen Messebau. Untertitelung. BR 2018